Yakuma, 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 wie auch immer du dich jetzt nennst, du hast zwei Videos auf deinem Kanal, hast 46 Abos, das ist ja eigentlich alles recht schön und fein und kannst gern weitermachen, das ist mir relativ scheißegal, aber wo ich relativ sauer werde, oder wie ihr so gerne sagt, salzig werde, ist wenn man mich als Lügner hinstellt. Digga, ich lese jeden Tag Kommentare, jeden Tag und ich habe jetzt auch nochmal auf dem Tablet geschaut, ob YouTube vielleicht deinen Kommentar gelöscht hat oder wie auch immer und nein hat er nicht, weil er war weder bei Überprüf dabei, noch bei ausstehenden Kommentaren, noch bei Spam-Kommentaren, er war in keinem der Ordner, also hast du ihn definitiv gelöscht und jetzt schreibst du mir, dass ich die Kommentare lösche und dass ich die Wörter nicht verdrehen soll, Digga. Ich habe einen Screenshot, dass du mir was geschickt hast, was übrigens beim letzten Video auch als Sandnäher und ich werde es auch wieder hier benutzen, als Sandnäher, nur damit jeder weiß, dass du nämlich eigentlich derjenige bist, der scheißerzählt. Ich weiß nicht, was es dir bringt, zu viel Mist über mich zu erzählen oder was jetzt insgesamt mit dir abgeht, aber Digga, echt ohne Witz, such dir ein Hobby als Sandnäher, irgendwelche fremde Leute irgendeine Scheiße zu erzählen. Wer darf wachsen, Mann. Und tanke los, das was ich überhaupt was, weiß ich nicht? Untertitelung des ZDF, 2020